So liebe Leute, was geht ab? Wir sind jetzt hier im neuen Gym, was heißt neues Gym, also ich bin jetzt hier in Köln auch in einem Fitnessstudio angemeldet, nennt sich extra fit, ich find's geil, heute gibt's einfach so ein bisschen Oberkörper-Action, hab mich gerade 7 Minuten auf dem Stepper warm gemacht und ich hau jetzt einfach hier ein bisschen Musik rein, enjoy it! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020